Österreich geht schon langsam pleite. Du bekommst weniger Geld auf der einen Seite und höhere Steuern und höhere Strompreise auf der anderen Seite. Und keiner sagt dir, was der wirkliche Hintergrund ist. Du erfährst es jetzt. Ich zeige es dir. Hier sehen wir, wie gesagt wird, die Schulden in Österreich explodieren. Die EU leitet ein Verfahren ein. Jetzt zeige ich dir, was unten als Gründe stehen. Es stehen als Gründe hier Senkung der Körperschaftsteuer, Abschaffung der kalten Progression, die Überkompensation des Klimabonuses. Da steht lang anhaltende budgetäre Belastung der Covid-Konjunkturunterstützungen, aber auch viele, viele andere Dinge. Und die EU will quasi so einen Ort Rat, der über uns kontrolliert, schaffen. So, und jetzt sage ich dir, das stimmt nicht. Das meiste davon ist gar nicht der Grund, wieso wir so pleite sind, wieso du bald mehr für deinen Sprit, mehr für deinen Strom und im Großen und Ganzen viel mehr Steuern zahlst. Der Hintergrund ist ein ganz, ein ganz, ein ganz, ein anderer. Ich zeige dir jetzt eine Anfrage im österreichischen Parlaments. Hier siehst du eine Anfrage mit dem Titel betreffend Corona-Krise kostet uns 175 Milliarden Euro, beantwortet von Wolfgang Mückstein. Damals war dieser Typ noch Minister. Um was es da drin geht, ist unter anderem die Kosten. Und jetzt zeige ich dir, was die wahren Kosten sind. Nämlich, ist es wirklich relevant, da diese kalte Progression und so weiter, sind das die großen Kosten? Und die Antwort ist, nein. Denn was sind die großen Kosten? Was ist es, dass du die ganze Zeit immer mehr zahlen musst, immer mehr für Strom, für andere Sachen zahlen musst, warum du immer weniger Geld in der Tasche hast? Das ist politisch gemacht. Nichts mit irgendeiner Rezession zu tun, Primär. Das ist politisch gemacht. Ich zeige dir jetzt, wohin das Geld verschwunden ist. Und zwar, du siehst hier die finanziellen Aufwendungen Österreichs im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Das System 4.000 Millionen Euro, also 4 Milliarden. Impfprogramm 1,4 Milliarden. Schutzausrüstung 600 Millionen. Medikamente 600 Millionen. Wirtschaftliche Unterstützung 40 Milliarden. Corona-Kurzarbeitszeit 9 Milliarden. Du siehst unterhalb die Quellen, heute AT, du siehst BM, das ist ein Bundesministerium, WNA-AT, Kurier-AT. Insgesamt reden wir von Gesamtkosten von 70 Milliarden Euro. 70 Milliarden Euro. Das ist das Geld, was uns fehlt. Und jetzt ist die Frage, wie viel ist denn bitte 70 Milliarden Euro? Da kann sich ja keiner was darunter vorstellen. Ich habe da einen Vergleich für euch gemacht. Und zwar, was ist 70 Milliarden Euro? 70 Milliarden Euro, die gesamte soziale Sicherheit, Pensionen, Arbeitslosengeld, macht 40 bis 50 Milliarden Euro aus. Das ist eineinhalb Mal mehr als die gesamten Pensions- und Arbeitslosengelder. Die gesamte Gesundheitswesen macht 20 bis 25 Milliarden Euro aus. Das ist dreimal so viel wie das gesamte Gesundheitsbudget. Bildung macht 12 Milliarden Euro auf. Das ist fünfmal so viel wie das gesamte Bildungssystem. Infrastruktur und Verkehr macht 10 Milliarden Euro aus. Das ist siebenmal so viel wie dieser Posten. Du siehst also, 70 Milliarden Euro ist fast so viel, wie man für das gesamte Sozialsystem, AMS, Pensionen, die ganzen Asylanten, alles in ungefähr zwei Jahren, eineinhalb bis zwei Jahren braucht. Und das, was da drin argumentiert, ja, die Körperschaftssteuer ist schuld und so weiter, auch das habe ich da ausgerechnet, damit man einmal draufkommt, was das wirklich kostet. Und jetzt zeige ich es dir. Und zwar, hier zeige ich dir, die Senkung der Körperschaftssteuer, wie man hier sieht, kostet rund 1,6 Milliarden Euro. Wir wissen, 70 Milliarden kostet das andere. Die Abschaffung der kalten Progression ist 2 bis 3 Milliarden Euro. Die sogenannte Überkompensation der CO2-Steuer sind 2 Milliarden Euro maximal. So, das heißt, ich habe euch hier etwas gezeigt, das macht nicht einmal 7 Milliarden aus. Aber 70 Milliarden waren die Corona-Zeit, die Zwangsmaßnahmen, die Lockdowns. Das heißt, das Schließen der Geschäfte, die Konsequenzen hinsichtlich wirtschaftlicher Auswirkungen, die wirtschaftliche Zerstörung, das sind bitte nur die Kosten, die ich euch gezeigt habe. Die wirtschaftliche Zerstörung ist viel höher. Und in der Zeitung schreibt man, die kalte Progression ist es und es ist die Überkompensation der CO2-Steuer und es ist die Senkung der Körperschaftssteuer. Nein, liebe Lügner in den Medien, es ist und war die Zerstörung dieser Politik durch die Corona-Maßnahmen, durch Zwangsmaßnahmen, die die Masse der Menschen nicht wollten, durch Impfungen, die wir nicht wollten, durch massivste Auswirkungen, wie viele Geschäfte schließen haben müssen, die ihr Geld nicht einmal zurückkriegen haben. Ein paar Freundlern von der Politik haben ihr Geld mehr als zurückbekommen. Wir alle wissen das, aber das ist der wahre Grund. Wir blechen deswegen, weil eine unfähige, vertrottelte, korrupte und zum Teil scheinbar auch verbrecherische Regierung Geld rausgeschmissen hat, um uns in Zwangsimpfungen zu stecken, um uns zu sorgen, wir dürfen nicht mehr arbeiten gehen, um unsere Geschäfte zu schließen, um wahnsinnigen Schaden anzurichten. 70 Milliarden ist allein das, was sie gezahlt haben. Und dann wird uns gesagt, ja, es gibt verschiedene Gründe, das ist irgendwas, hat mit der Weltwirtschaft zu tun, Gott gemacht. Das ist eine Lüge. Sie haben Österreich zerstört finanziell und wir zahlen dafür. Jetzt zahlen wir dafür, morgen zahlen wir dafür, in einem Jahr zahlen wir dafür und im Fünfjahr werden wir dafür auch noch zahlen. Für Schwarz, Grün, Rot und Neos, denn die haben alle mitgestimmt bei diesen Maßnahmen. Zum größten Teil waren auch die Neos dabei, die SPÖ war fast überall dabei und Schwarz und Grün waren sowieso. Das ist die Wahrheit und deswegen wirst du in diesen Weihnachten weniger in der Tasche haben und da weniger Geld haben, um anderen was zu schenken. Bedanke dich bei dieser vertrottelten, korrupten und verbrecherischen Politik.